Wenn es möglich wäre, möchtest du unsterblich sein? Die Frage stelle ich heute Shona. Viel Spaß! Hallo zurück zu Shona. Heute ist meine Frage an dich. Möchtest du unsterblich sein? Und wenn ja, warum? Und wenn nicht, warum nicht? Okay, ja, ich möchte nicht unsterblich sein, weil ich, ich würde nicht ohne meine Familie und Freunde leben. So, wenn ich nur die einzige, das einzige Person wäre, die noch lebt, ja, dann würde ich allein sein. Und das für mich würde nicht so, nicht so bequem sein, ja, so nicht so, nicht so schön. Auch glaube ich nicht, dass es, ich glaube, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. So, wenn man stirbt, dann das Leben ist zu Ende, ja. Ich bin aber für die Sterbehilfe, nur wenn jemand so unheilbar ist, ja, und wenn man im Vollbesitz von geistigen Kraft hat, ja, und wenn man diese Entscheidung klar machen kann, ja, so, das für mich, das ist, weil ich Atheastin, Atheistin bin. Und ich glaube, dass man seine eigene Entscheidung über das Leben haben soll. Und ich glaube auch, dass, ja, so, ich glaube, dass jede Person sollte das Recht haben, zu entscheiden, wenn man das Leben beendet. Ja, so, zum Beispiel, mein Onkel hatte so eine Krankheit und er wurde sehr, sehr schnell, er ist sehr schnell gestorben. Aber mit dieser Krankheit könnte er ja so fünf oder sechs Jahre lang leben und mehr und mehr schwacher und schwacher werden. So, ich glaube, in diesen Fällen sollte man das Recht haben, die Sterbehilfe, um die Sterbehilfe zu bitten. Ja, so, ja, so, wenn es kommt zur Unsterblichkeit, glaube ich, das würde ich nicht. Äh, machen, ja, mögen, ja, so. Okay. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Da hat uns Shona noch etwas mehr erzählt als nur darüber, ob sie unsterblich sein möchte. Was sind deine Gedanken zu dem Thema? Hinterlass mir doch einen Kommentar und wenn dir das Video an sich gefallen hat, auch einen Daumen hoch. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.